Okay, der Geruch ist nicht so geil, aber es muss ja nur halten. Hey everybody! Piep! Okay, jetzt richtig? Hallo meine Lieben! Ich sag doch immer zuerst. Komm jetzt! 3, 2, 1. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt mit... Amen! Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, die Armin und ich sind unterwegs, weil das ist definitiv nicht mein Zimmer und nicht Abendszimmer oder irgendein Zimmer von uns zu Hause. Wir sind gerade so auf einem kleinen Mini-Urlaub, aber mehr dazu erfahrt ihr noch nächste Woche. Ich will gar nicht zu viel verraten, weil heute geht es um ein anderes Thema. Und zwar, unser Vater war wegen seiner Arbeit vor ein paar Wochen jetzt mittlerweile schon in Chicago. Und nachdem die Armin und ich jetzt full-on Teenage-Girls sind und uns ein bisschen einfach von dem TikTok-Hype mitreißen haben lassen, waren wir natürlich so, Papa, bitte du musst für uns unbedingt zu Sephora gehen und zu Target, glaube ich, weil das ist so, Target ist so alles so, das ist Drogerie, Klamotten, Essen, einfach so ein riesengroßer Einkaufs-Mall gefühlt schon. Und weil es ja auch noch ein paar Marken gab, die es eben Sephora nicht gab und wir haben ihm einfach eine ganz lange Liste mit Produkten geschickt, die wir so waren, so bitte, die brauchen wir und wir wollen die ausprobieren, weil die kriegst du hier bei uns in Österreich nicht, weil wir keinen Sephora haben und bitte, bitte geh da hin. Und er hat uns sogar mit ein paar Produkten auch überrascht, die gar nicht auf unserer Liste waren, weil es war eigentlich, also wir, ja, ihr werdet selber sehen. Also ich hole mal den Sack hoch. Dieser ganze Sephora-Sack hier ist voll mit Stuff, den uns der Papa mitgebracht hat, wirklich mit so gehypten TikTok-Products einfach, die wir auf unserer 4U hatten oder die halt einfach überall all over TikTok waren, wo wir so waren, okay, die wollen wir auch ausprobieren, einfach um zu schauen, ob es den Hype wert ist oder nicht, genau. Und das zeigen wir euch einfach heute, viral TikTok-Make-up-Products oder Skincare-Products, wie man es halt nimmt. So, ich beginne jetzt einfach mal mit einem Favorit von mir und zwar, das habe ich mir wirklich schon sehr lange gewünscht und es wurde auch echt gehypt auf TikTok und zwar ist das hier dieser Glow Recipe Toner. Und ich packe ihn jetzt mal aus, weil er ist so schön. Er ist von innen auch süß mit dem Wassermelonen, gell? Ja, das finde ich so süß und ich kann diese ganzen Packungen einfach nicht weghauen, weil das ist so... Das verstehe ich nicht. Ich verstehe schon. Auf jeden Fall, das ist der Toner und ich finde ihn so schön. Er schaut so schön aus und ich glaube, er glitzert auch ein bisschen, oder? Hat er eben so ein bisschen Glow-Effekt? Er soll angeblich nach Wassermelone riechen, wie man auch auf der Packung sehen kann. Ich bin jetzt gespannt. Mach mal drauf, warte, soll ich dir was drauf tun? Warte, du musst ja doch... Achso, da ist noch ein Teil drauf, das habe ich gar nicht gewusst. Boah, das riecht stark nach Wassermelone. Oh, warte, auf eine Hand, oder? Ja, komm. Ich will auch. Darf ich auch? Ja. Oh mein Gott, das ist so urviel, meine Hände. Das riecht ein bisschen nach Gurke auf. Okay, let's go. Mach ich das überhaupt richtig so? Ich verwende einen Toner. Ich weiß es nicht. Ich verwende keine Ahnung, ich will es einfach mal einreiben in die Haut, oder? Wie machen das denn alle? Einfach in die Haut einreiben. Ja, diese eine auf TikTok, die immer so von ihrem School-Drama währenddessen auch erzählt. Boah, das ist so viel. Egal, unsere Skin braucht das jetzt, aber ich fühle es, dass sie es braucht. Total. Aber ganz ehrlich, ich finde den Geruch gar nicht so gut. Ich auch nicht. Zu stark. Nein, ich finde, es riecht nach Gurke einfach. Ich liebe Gurke. Ja, ich liebe Gurke auch, aber es riecht so nach Wassermelonen-Gurke und man will halt das nach Wassermelonen. Ich meine, ich weiß nicht, ob sich der Toner so gut auf der Haut anfühlt. Das können wir euch nicht fragen, aber man fühlt sich so sticky. Ja, schon. Aber ich finde, wenn ich es jetzt so rate, muss ich es von 1 bis 10. Ich glaube, ich würde es so um die 9. Ah, wenn das kommt, übertreibt nicht. Ich gebe dem Ganzen eine 7 von 8. Also würde es nur eine 8,5 oder 9 geben? Ich gebe dem, glaube ich, nur eine 7, weil ich meine, erstens ist es voll überteuert, zweitens es stinkt und drittens ist es ein Toner. Wir haben total viel verwendet. Aber das war eh schon hier. Wir haben nicht so viel verwendet. Vor allem das Produkt wird es nicht gerade wieder mehr, wenn du es verwendest. Aber es ist so schön. Ich habe eine Make-up-Marke für mich entdeckt, und zwar Milk. Ich finde die so süß. Ich glaube, ihr kennt das bestimmt. Das ist ein Produkt, das habe ich mir nicht gewünscht. Aber die Verpackung, A, schaut ziemlich cool aus. Mein Vater hat mich damit ein bisschen überrascht, weil ich war so, okay, was ist das? Ich hatte das noch nie auf meiner For You, aber es schaut irgendwie cool aus. Ähm, deswegen genau. Und das ist so ein, wie heißt das? Sunshine Oil. Also das kommt, das schaut so aus. Ich glaube, das ist so ein Roller, oder? Und da pumpst du das Öl, glaube ich, so raus aus dem Ding. Also ich probiere es jetzt mal zum ersten Mal. Ich kenne das überhaupt nicht. Und machst du es gleich auf die Haut, oder? Ich glaube, du machst es, okay, man muss halt ein bisschen so drücken. Oh mein Gott. Bis das Produkt vorne auf der Kugel ist. Und dann solltest du das so halt im Gesicht rollen. Und das solltest du halt vor Sonnencreme machen. Ich glaube, das ist eigentlich der erste Step, den wir machen hätten sollen. Egal, das ist ja hier auch ein Produkt. Ich meine, sorry, ich habe die ganzen Produkte noch nicht getestet. Bei dem, das kenne ich gar nicht. Aber das riecht oh gut. Das riecht wie Mamas Öle. Oh, das riecht oh gut nach Zitrone. Und dann soll man so Andy ins Gesicht tun. Ihr lernt. Nein, aber nicht das so, sondern mit dem Roller gleich so. Und man kann das dann einfach im Gesicht so ein bisschen mit den Fingertipps so reinklopfen. Das habe ich dann auch nachgelesen im Internet, weil ich das Produkt nicht kannte. Und man kann auch mit den Tipps, wenn man ein bisschen so Öl übrig hat, ein bisschen durch die Haare gehen und Frizz so vermeiden, weißt du? Also das ist so Körper-Gesichts-Öl und so mit dem restlichen Produkt, das du auf den Fingerspitzen gehörst, kannst du noch so Ding. Und ich muss sagen, ich gebe dem Produkt jetzt eine 8 von 10, weil es riecht extrem gut. Ich weiß ja nicht, wie es meine Haut so mag, aber es ist cool. Und es ist schon kühl schon. Nur weil ich da einen Toner schlecht bewertet habe, musst du meinen, dass es sich besser ist. Ja, genau. Gut, dann haben wir schon mal eine gute Prep. So, dann habe ich zwei Produkte von der Marke Bioma. Bioma. Bioma, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber die haben auf jeden Fall schon mal echt coole Farben. Das ist für mich schon mal ein Pluspunkt. Und wir haben schon genug Serum im Gesicht, das finde ich schon. Und das ist eine Eye Cream. Und ich würde sagen, die probieren wir jetzt einfach aus. Das ist für AM und PM. Gib mir mal ein Problem. Und jetzt ist das Nächste hier. Okay, und jetzt einfach so aufs Auge, oder? Ja, oder? Also nicht aufs Auge. Ums Auge. Geruch gibt es nicht wirklich allen. Aber es ist hydrating. Leute, bitte kein Hate an uns, okay? Wir machen das gerade in irgendeiner Kombo. Wir kennen die Produkte nicht. Deswegen bitte kein Hate hier an uns. Irgendeiner, das ich auch kenne, bitte. Maybe macht es vielleicht auch nicht nach, sondern in der richtigen Reihenfolge. Aber, wie gesagt, wir probieren einfach alles auf einmal nicht mehr aus. Und wir sind zu YOLO. Also ich finde, es fühlt sich gut an auf der Haus. Es ist ein bisschen so kühl. Und deswegen so eine 8 von 10. Ja, ich gebe auch eine 8 von 10. Dann haben wir halt noch von Drunk Elephant diese Viral Lala Cream. Die kennt auch jeder. Die Haar brauchen wir. Ich packe sie einmal aus, wenn ihr wollt, wie sie aussieht. Also das mit den Pumpen, wo man dann so einen Smoothie mixt. Wie ein Smoothie mixt. Die probieren wir jetzt nicht mehr aus, weil wir haben schon genug... Ich habe Angst, dass du zu viel draufhauen. Ja, wir haben schon zu viel drauf. Aber die kennen wir eh alle. Man pumpt, dann kommt das Produkt raus. That's it. Man kann die by the way wieder auffüllen, Leute. Wusstet ihr das? Das ist noch für die Skin. Und dann sind wir eh schon fertig mit Skincare. Und zwar hat mich mein Papa mit der großen Größe überrascht. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Und zwar dieser Viral Milk Primer, wovon es von ELF diesen Dupe gibt. Genau, ich glaube, das ist von ELF, oder? Ja, es ist halt Meek und das ist auch eine große Marke. Ja, Meek. Also ich weiß nicht, ich habe den Primer noch nie gehabt, aber er soll angeblich auch sticky sein und das Make-up ungut halten. Und so. Oh Gott. Warte. Warte, man muss mal ein bisschen pumpen. Mach mal so, dass man sieht. Ja. Okay. Nicht so viel, wir haben eh schon voll viel. Okay. Ich mache einfach. Uh, das fühlt sich... Okay. Okay, der Geruch ist nicht so geil, aber es muss ja nur halten, das Make-up. Okay, der Geruch gefällt mir gar nicht. Ich finde, es geht. Ich glaube, man gewöhnt sich ganz schnell dran. Ach du, meine Güte, Elia, wie fühlt sich das auf der Haut an? Das soll ja sticky sein. Es ist Primer, aber... Es wird sich am Kleber, ey. Ey, du klebst die Kleber auf dein Gesicht. Warte, komm, wir gehen mal. Warte, 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 warte. Primer kurz erklärt, was das eigentlich ist. Das gibt man so vor... Ich glaube, das gibt man in der Skincare-Routine, gibt man es, glaube ich, als letztes drauf, damit das Make-up quasi... Das ist wie ein Kleber für die Haut, dass das Make-up besser sitzt, länger drauf bleibt, sich besser verblenden lässt, I guess. Irgendwie sowas. Aber es ist sehr sticky, oder? Komm, wir machen noch mal. Warte, wir müssen es wirklich dran kleben. Hat man es gesehen, wie die Haut so? Ich glaube, das ist schon ein guter Primer. Also das ist von den Primers, die man sonst bei uns in der Drogerie kriegt, wirklich ein gutes Produkt. Und ich glaube, es kriegt tatsächlich eine 9 von 10 von mir. Ein Punkt Abzug wegen dem Geruch. Ich glaube, ich gebe so eine 8,5. Ich finde, es ist zwar kühlend auf der Haut, aber ich finde, es ist ziemlich komisch an auf der Haut. Ja, weil es ungewohnt ist, aber es ist ein guter Primer, glaube ich. Also ich habe nur einmal... Das ist so süß, finde ich. Und zwar einmal diese Starface... Diese Starface-Sticker. So, jetzt sind die Produkte, die nicht gut für unsere Haut sind, dann kann man das hier draufkleben. Erklär kurz was, das sind Pimple Patches. Das sind Pickle Patches, die saugen so quasi den Picki aus. Okay. Sehr ekelhaft erklärt. Und dann kann man ihn leichter ausdrücken oder verheilt leichter, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall so eine kleine Box, die auch süß ist, mit so einem Starface drauf. Und dann, wenn man es aufmacht, sind da so ganz kleine Babysticker drinnen. Auf jeden Fall in Sternform. Und dazu habe ich dann auch noch die passenden Auffüller in Blau und in Gelb. Die haben aber andere Wirkungen, ja. Echt? Ja. Das ist Plus Salicylic Acid. Kann vielleicht, wer sich damit auskennt, mag vielleicht, wer uns irgendwie auf Instagram schreiben oder in den Chat oder in die Community, falls jemand eine Ahnung hat, was das bedeutet. Sonst vielleicht steht hinten noch drauf. Nein, keine Ahnung. Ah, doch, hier. A beta-hydrous acid. That helps shrink and smooth the spots by that dissolving dead skin cells and I'm flooding pores. Okay. Das ist... Ich habe trotzdem jetzt nicht mehr Ahnung, was das jetzt anders macht als von den anderen. Also bitte... Also ich kann zwar Englisch, aber es ist so... Bitte Informationen. Ja, genau. Zu den Blauen. Aber du kannst drauf. Soll ich mir eins draufkleben? Aber irgendwo, wo du kein Make-up nachher drauf gibst. So, mach drauf Skin oder so. Das ist dann ein Kincare, kein Skincare. Da nimmt die Arbeit jetzt den Star runter, weil die schauen ja eigentlich ursüß aus. Ich mach's hier, okay? Okay. Süß. Sehr cute. Unser Star. Ich bin jetzt ein Starface. Zumindest, ich gebe alles von, damit ich nicht ein Star bin. Ja, du kannst zu Fashion gehen als Starface. Pimple Patch. Aber es ist auf jeden Fall ursüß. Machen wir mit dem ersten Make-up-Produkt weiter? Ja. Okay, und zwar, ich hab mir schon überlegt, was ich mach, und zwar Milk. Die haben ja Bronzer und Blush-Sticks. Und ich hab nur, weil hier grad vor mir ist wegen dem Spiegel, ich hab hier nur so Puder-Blush. Und ich wollte mein Cream-Blush auch ausprobieren. Und da haben mich die von Milk natürlich sehr angesprochen. Aber das ist ein Bronzer. Ilya, wie verbrennen wir das? Mit dem Finger. Ja, man macht das alles mit dem Finger einfach. Aber so schaut da einmal. Es ist halt Mini-Version, finde ich eh gut, weil wenn ich das Produkt nicht so feier, hab ich zum, also hab nicht mal ich, sondern mal mein Papa, ähm, nicht unaufsichtlich Geld ausgegeben. Ja, das ist die Größe von der Hand und dann groß. Äh, so süß, du passt auch perfekt in jede Tasche oder so für den Sommer. Machst du erst auf der Seite. Okay. Oh. Also ich, ich weiß auch, wie ich will, dass man das hier so hermacht. Sieht man es schon? Ja. Sieht schlimm aus, schau ich aus wie ein Clown. Oh nein, also es geht schon. Es geht schon. Also es geht voll klar. So. Ja. Nicht, nicht, nicht. Das reicht. Wir probieren es ja nochmal aus. Ich will hier am Ende nicht ausschauen wie ein Clown. Okay, ich mach's mir auch. Zeig mal, wie ich jetzt ausschau. Warte. Ey, sieht gar nicht so schlecht aus. Und so, so lässt man es dann halt auch. Das ist ein Scherz. Okay, komm her. So, wir wollen hier die Jawline. Und dann bitte so auf den Kinn. Aber das Produkt ist schon mal ur-smooth so. Und damit konturiert man das Gesicht ein bisschen, um schmaler auszusehen, um bräuner auszusehen. Einfach. Bist du nicht zufrieden? Nein. Ich finde es toll. Komm. Also, ich nehme von deinem Starface den Spiegel. Ich nehme von dem. Okay. Und jetzt verblende ich das einfach mal mit meinem Finger hier. Und hoffe, dass ich hier nicht aussehe wie ein gebratenes Jüngchen. Ein gebratenes Jüngchen. Okay, könnt ihr das sehen? Aber es verblendet sich ur-ruh. Ja, ja, es ist ja auch Cream. Leute, sieht es besser aus oder sieht es schlimmer aus? Oder schon mal, schon bei mir? Ingi. Wie sieht es gut aus? Sieht so leckig. Ja, mach es mir besser, bitte. Ich habe keinen großen Spiegel. Da muss ich sowieso noch drüber gehen. Ich sehe es auf der Seite. Aber es ist schon ur-schön sticky so. Aua! Warte, ich habe da extra Tücher hingelegt. Es ist gut, Ilia. Was sagen willst du dem Produkt, Leute? Findest du, es hat was gebracht? Ich finde, es hätte mehr... Mehr. Ja, aber es ist weg bei dir da. Echt? Ist weg? Ja, ich sehe nichts mehr. S***. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, wir müssen das erst ein bisschen auseinandersetzen mit dem Produkt. Aber ich glaube, sonst so vom Auftragen her und von der Größe her... Und es geht auch um gut zum Verblenden. Ja, 9 von 10. Ja. 9 von 10. Finde ich ein stabiles Produkt. Aber wir haben noch vergessen, Starface zu bewerten. Stimmt, okay. Äh, wie finden wir das Produkt? Ich habe es schon mal bei der Kathi ausprobiert, weil die Kathi war in London und hat sie mal mitgebracht und hat mir eins gegeben. Ich weiß, dass die Produkte 10 von 10 sind. Es ist total süß und es hält aber jetzt nicht so bombenfest, deswegen muss ich hier die ganze draufdrücken. Aber ich finde es süß, wenn wir wissen... Du sollst es auch eigentlich auf die trockene Haut geben, ne? Unsere Haut ist sehr sticky. Also ja, deswegen... Schau. Ich gebe eine 9,8 von 10. 9,8? Okay, wir steigern uns, wir steigern uns. Das ist schon jetzt schon bei 9,8, Leute. Okay, Arben und ich machen beide weiter mit einem Blush. Und zwar, ich habe mir Matching zum Bronzer auch den Milk Blush geholt in der Farbe Flip. Ah, und der Bronzer war in der Farbe Baked. Ähm, das ist die Farbe Flip. So schaut das aus. Das ist wieder genauso groß wie der andere. Der hat ein graues Packaging, ja. Und der ist halt eben genauso groß und auch super, super süß. Und ich habe von Rare and Beauty, ähm, auch das... Heißt das nicht Rare Beauty? Ah ja, sorry, ich verwechsel es mal. Mit was? Rare and Beauty. Rare Beauty, ähm, den Blush, ähm, bekommen. Auch aus Überraschung so, das habe ich mir nicht gewünscht. Ich habe gesagt, das war... Aber in der Farbe Happy. Aber die ist eigentlich immer ausverkauft, oder? Sie ist doch eigentlich... Nein, das ist eh... Aber ich liebe es. Also, wir testen auch. Es soll anscheinend nur pigmentiert sein. Ich glaube, man macht auch... Oh! Oh no. Soll ich auf beiden Seiten jetzt... Was machst du? Auf einer... Ich tue mir auch immer auf der Nase. Die ganze Nase? Nein, nur auf die Hälfte, weil auf der anderen Hälfte kommt die andere Farbe drauf. Ja, was passiert? Soll ich jetzt bei beiden Seiten den verwenden? Ja, ja, weil du hast ja keinen Blush mehr, oder? Ich habe ja zwei. Ich bin nämlich ein bisschen Blush und Highlighter addicted. Also, das sind so meine zwei Must-Have-Produkte, die ich... Ah, ich habe ja extra meinen Pinsel. Ja, ich habe ja. Das kann ich actually mit Pinsel machen, Leute. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne mit dem Ziegel. Kann ich das dann für meinen auch verwenden? Ja, ich verwende es dafür, weil ich mache es lieber mit dem Finger. Und das Coole, was ich halt bei Cream Products mehr mag, ist, dass sie dir halt eine Natural Glow einfach so gleich mitgeben, weil sie so creamy sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh. You're such a crazy girl. Und eine verbrachte Marke. Ach, aber du bist ein crazy girl. Aber so, was sagt ihr, Leute? Sieht man Brush und Bronzer? So von der Skala von 1 bis 10. Also ich finde das Produkt ganz süß so. Ich glaube, der Blush gibt von mir tatsächlich eine 9 von 10. Wie viel hat der Bronzer von mir bekommen? Auch eine 9 von 10? Eine 9 von 10. Also ich gebe einem Rare Beauty Blush eine 10 von 10. Ich finde nur der einzige, wenn ich gebe eine 9,9. 9,9 Leute. Ob heute noch irgendwer die 10 von 10 kriegt, bleibt dran. Nein, aber... Nein, aber... Aber was? 10 von 10, aber? Bei 10 von 10 sollte es kein Aber mehr geben. Dieser 0,1% ist wegen... Weil man es einfach... Wenn man... Gut. 9,9 von 10, Leute. Wir machen weiter, Leute. Und zwar, ich habe noch einen zweiten Blush. Das wir mit zusehen. Und zwar den von Pixi. Ich hatte schon mal von meiner Glossybox Produkte von Pixi. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Und der war auch all over TikTok. Und ich habe ihn in der Farbe, Sekunde, Ruby. Schauen wir mal, wie viel man rausdrängen kann. Ja, sonst machst du vielleicht... Vielleicht bricht der ab. Ich würde das gerade... Oh, der ihn so abbrechen. Das tut mir leid. Oh mein Gott, zu essen. Jolly. Was? Das ist das ganze Produkt? Und jetzt machst du es so drauf, dass es bricht einfach ab. Okay. Okay, mach jetzt mal. Nein, sicherlich nicht. Darf ich dir drauf machen? Bitte. Okay, aber das ist nur auf der Ebene, oder? Ja, ja. Bereit? Ja. War es zu viel? Ist das sehr pigmentiert? Warte. Ach, du heilige Güte, Maria, Mutter Gottes, Abend. Das war way too much. Das war einfach das Doppelte vom Make. Du willst einfach nur, dass ich so aussehe wie du, oder? Das ist auch für so ein... Warte, wie heißt das? Ein... Komm zum Punkt. Die, die immer die Zeichungen auf dem Gesicht haben. Ein... Das heißt, oh mein Gott, Abend, du hast mich viel zu viel fallen. Aber warum gibst du noch eine zweite Schicht drauf? Willst du mich veräppeln? Ich versuche hier, einen süßen Make-up-Look hinzukriegen, um zu schauen, ob es der TikTok halbwert ist. Und du gibst mir zwei Striche drauf. Einer hätte gereicht. Nee, ich teile es jetzt mit mir mit. Okay, aber jetzt haben wir die zwei Blasche verglichen. Welchen finden wir natürlicher, welchen finden wir süßer? Also den finde ich natürlicher. Den findest du natürlicher? Nein. Also ich drehe mich einmal so. Das ist der Pixi und das ist der Milk. Den finde ich natürlicher, aber auf der Nase hat er irgendwie komische Flecken. Aber, was war die andere Frage? Ähm... Ich muss da ja diese... Was war die andere Frage? Ähm, ja, welchen wir einfach besser finden. So, der ist jetzt viel zu viel, aber er ist auch sehr gut pigmentiert. Und ich glaube, ich gebe dem Ganzen eine 7 von 10. Aus dem Grund, weil sie viel zu wenig Produkt in die Pappen geben. Ich gebe einfach eine 9,7. 4. Okay, Arwen, I see where we're going. Okay. Dann wollen wir als nächstes Augenbrauen, Mascara oder Lippen. Mascara. Mascara, okay. Da habe ich wieder zwei zum Ausprobieren. Wir machen auf einem Auge. Okay, Arwen, ich werfe jetzt in die Luft und das, was ich fange, von dem fangen wir an. Das ist sie. Und zwar, das ist eine von Milk. Tatsächlich habe ich die noch nie in der Mascara von Milk gesehen, beziehungsweise irgendwie dran gedacht, mir eine zu holen. Damit hat mich auch mein Pappe überrascht. Weil Ursüßer hat gesagt, das ist eine wasserfeste. Damit kann ich auch im Sommer halt eben Mascara tragen. Let's have a look, ob das überhaupt stimmt. Ja, das ist dann so ein Komma-Punkt. Boah, die ist urschwer. Ey, die packen wir so cool. Kann ich die denn haben? So schaut das aus, die Bürste. Und ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach auf einem Auge aus. Ich habe extra einen Wimpern-Croller with me. Hast du? Für dich einen und für mich einen. Oh, ich liebe den. Okay. Machen wir auf gleichem Auge. Ich mache auch auf den. Okay. Ich hoffe, die ist auch wasserfest. So wie sie es verspricht. Wow, aber schon wie süß. Ich hoffe, ich bin auch riesig. Ich bin doch heu. Das ist ein bisschen nach wasserfest. Naja, ich finde sie eigentlich ganz gut. Aber? Ja, schau. Wow, du hast so schöne Wimpern damit. Also ich gebe der ganzen Mascara eine 8 von 10, weil ich finde sie, sie für die Bürste, glaube ich, ist es ganz okay. Sie ist wasserfest. Mal schauen, ob das auch stimmt. Aber sie riecht jetzt nicht so irrsinnig ekelhaft. Die verpacken super, super cool. Und ich finde, sie gibt es für einen natural Make-up-Look die perfekten Wimpern. 9,8, weil sie nicht so gut riecht. Aber sonst stimme ich nicht so. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Mascara, die ich noch habe. Was wird es wohl sein? Und zwar von MAC eine. Die habe ich hier tatsächlich auch noch nie gesehen. Das ist die Magic Extensions. Die soll dir so super voluminöse, lange, crazy Lashes geben, dass sie aussehen, als wären es Fake Lashes. Und damit hat mein Vater mich auch überrascht. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Aber sie ist so süß, weil sie ist so mini. Schau mal, sie ist so mini. Und ich liebe alles, was mini ist. Das ist einfach so ein Fact. Und sie schimmert auch so ein bisschen. Das ist sehr cool. Ich bin gespannt, wie sie ist. Ich bin auch sehr gespannt. Geruch riecht eigentlich ein bisschen nach Blumen. Was denn? Überhaupt nicht. Doch, ich finde schon. Das riecht ein bisschen nach Blumen. Es riecht so nach... Ah, die Bürste habe ich euch gar nicht gezeigt. Das ist die Bürste. Aber noch so kurz... Hinten wir dahinter. Das ist die Bürste. Ja. Und ich finde es schon mal sehr angenehm, dass sie meine Wimpern durchbürstet. Also sie heißt Magic Extensions. Fünf Millimeter. Ach so, ja, dass sie fünf Millimeter ist. Aber es soll halt so Fake Lashes halt geben. Und es gibt mir jetzt nicht so den Weib. Also es gibt mir einfach, als wäre Mascara auf meinen natürlichen Augen... Ah, auf meinen Wimpern halt drauf. Ich mache mir den Rest jetzt mal nur schnell weg. Oh ne, jetzt bin ich drüber gestriffen. Ich finde es sehr natürlich. Aber so verändert finde ich jetzt nicht. Also die sehen eigentlich beide identisch aus. Und ich könnte jetzt auch sagen, dass ich einfach dieselbe verwendet habe. Ja, für deine Wimpern. Aber schau mal, bei mir sieht man ganz klar den Unterschied, weil ich dünne, blonde Wimpern habe. Ich gebe der eine 9,9. Weil sie einfach auch irgendwie komisch riecht. Ich gebe der eine 8 von 10. Und wegen den Klumpen. Ja, ich glaube, was habe ich der anderen gegeben? Eine, weiß ich nicht mehr. Ja, ich gebe dir auf jeden Fall eine 8. Warum geht das so nicht zu? Okay, Leute, kommen wir zu den nächsten Produkten. Das ist nicht mehr so viel. Und so habe ich einmal dieses 24-Hour-Brow-Setter von Benefit. Das gibt es hier eh auch bei uns in Österreich. Aber es ist halt irgendwie immer ausverkauft. Und ich habe es auch nie so wirklich in der Originalgröße gefunden, sondern immer nur in der Mini-Version. Ich glaube, das ist jetzt auch... Ist das die Mini-Version? Ja. Ja, egal. Aber einfach mal zum Austesten. Und damit ich es im Video unterbringen kann, war ich auch so immer jetzt mal mit ins Video. Das ist so die Bürste davon. Und ich kenne das von der Kati. Die Kati hat das. Und das ist wirklich ein extrem gutes Augenbrauen-Gel. Deswegen kann ich schon im Vorhinein eine 10 von 10 geben. Und das tut auch die Augenbrauen-Uru zu durchbürsten. Versteht ihr? Gut, bist du fertig? Ja. Was sagst du? Mal schauen, wie lange es haltet. Aber ich glaube, es wird eine 10 von 10. Wow! Oh my God! 10 von 10, Guys! Das ist mal eine Ansage. Machen wir mit einem Produkt weiter. Das ist wirklich crazy. Damit wurde ich überrascht. Und zwar Charlotte Tilbury. Und zwar Glow Glide Face Highlighter. Von Charlotte Tilbury. Überall ist das hier gerade ur-viral. Der Bronzer und das. Und der Highlighter und so. Aber ich wollte... Also mein Vater hat mir einfach den mitgebracht. Weil er weiß, wie sehr ich Highlighter liebe. Und from the Queen of Glow. Okay, better be. So schaut die Verpackung aus. Moment, ich habe es gerade angegriffen mit meinen Fingern. Das ist ein bisschen verdingselt. Aber ja, so schaut das so aus. Actually ziemlich cool so. Und mal schauen, ob der Highlighter das verspricht, was er... Wow, schau wie schön. Der ist so Sterne drinnen. Schau mal. Ach so, ein Pinsel dafür. Und ich verwende den jetzt einfach mal so, wie ich meine normalen Highlighter auch verwenden würde. Da ist jetzt endlich mal ein Spiegel dabei. Deshalb habe ich ja den von Benefit. Und der ist aber auch ziemlich crazy. Und dann gebe ich immer was in die Eye-Colder. So. Und dann noch hier was hin. So, und auf die andere Seite. Ja, Highlighter kann ich einfach immer nur eine 10 von 10 geben. Ich liebe Highlighter einfach über alles. Das wissen alle Leute, die unsere Schminkvideos geschaut haben oder whatever. Die wissen einfach, dass ich Highlighter über alles liebe. Deswegen kriegt Charlotte Tilbury Baby eine 10 von 10 von mir. Von mir. Das nächste Produkt ist ein Produkt, das wir beide bekommen haben. Und zwar ist das einmal, das haben wir beide bekommen, von Benefit das Bene Tint. Das kriegt man eh auch hier in Wien, aber ich glaube in Amerika ist es ein bisschen billiger. Glaube ich, alle Produkte generell. Ich finde die Verpackung einfach schon echt süß, ehrlich gesagt. Und zwar, das gibt man einfach auf die Lippen. Das ist ein Bene Tint. Das ist so ein Tinted Lipstick, versteht ihr? Das bleibt halt einfach drauf. Und das kann man halt auch als Blush verwenden, was ich auch uncool finde, weil es ist einfach ganz natürlich und bleibt aber auch den ganzen Tag. Schaut ein bisschen aus wie so Fake Bluts, so Halloween oder so, aber es ist actually für die Lippen, Leute. Also eigentlich habe ich so Rosenwasser oder so. Rosenwasser ist gut, es riecht einfach extrem gut nach Rose. Gut, Armin. 10 von 10. Ja, ja, sowieso. Aber ich glaube, wir sind mit allen Produkten durch, oder? Ja. Schaut mal, Leute, was sagt jetzt unser final Make-up-Look. Ah ja, du hast hier noch ein final Make-up-Product. Eine Dekoration. Genau. Also, Küsschen von uns. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen oder beziehungsweise vom Hype wegbringen. So die Influencing, versteht ihr? Solche Sachen, die man jetzt zum Beispiel so nicht wirklich braucht. Oder so Dinge. Also ja, ihr habt ihr unsere Bewertungen. Insgesamt gebe ich dem ganzen Einkauf, glaube ich, sowieso eine 10 von 10. Einfach wegen den Packungen und wegen dem Vibe und keine Ahnung whatsoever. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann erfahrt ihr auch, wo wir hier gerade sind. Also, Küsschen. Bis bald. Ciao. Jetzt brauche ich aber unbedingt noch mal Highlighter. Ja, ich bin da noch eine Worte back, Alter. Ja, wenn du mir viel zu viel aufgibst, ist es Abend. Und wir müssen jetzt Abendessen gehen. Like, how am I supposed to do this? Das ist eh okay.